Herzlich Willkommen auf dem Kanal von Scalar 300. Spannende Musik Bei so manchen Berkspaziergängen trifft man auf Wildenten, die relativ handsam mitunter sind, durch die vielen Besucher, die diese auch gerne mal mitfüttern bei dieser Gelegenheit. Es ist beeindruckend, wie diese Tiere auf Futter warten und sich bis auf wenige Zentimeter nähern. In ihren prächtigen Federkleid strahlen sie und nehmen jede Gelegenheit wahr, sich ein Futterstück zu holen, um die nötigen Reserven für den Winter zu bekommen. Das ist ein Futterstück. Ein buntes Treiben und Schnattern bewegt die Tiere, sobald man sich ihnen nähert. Es ist ein besonderes Erlebnis beim Durchstreifen eines manchen Berkes, wenn man auf diese Tiere trifft. Es ist ein besonderes Erlebnis beim Durchsetzen. Erlebnis beim Durchsetzen So manche bewegte Eindrücke nimmt man bei solch einem Besuch mit nach Hause. Und ist fasziniert von der Natur und diesen Impressionen. Vielen Dank fürs Zuschauen und danke für Ihr Interesse. Vielen Dank. Vielen Dank.